Hi, mein Name ist Peter Fram und hier ist eine neue Frage von einem meiner Zuschauer und zwar Hallo Herr Fram, wie oft sollte man Ihrer Meinung nach Pornos gucken? Ja, vielen Dank für diese Frage. Witzige Frage, wie ich finde. Ja, wie oft sollte man Pornos gucken? So als wäre es eine große Empfehlung. Dr. Fram empfiehlt die tägliche oder wöchentliche Pornoration. Deshalb, ihr hört es ja schon raus und ich denke, es ist auch nicht so verwunderlich und zwar am besten gar nicht. Deshalb lasst den Quatsch einfach weg, denn ihr macht euch nur unglücklich damit. Ihr macht mich traumig. Dann eben nicht. Und mittlerweile gibt es ja auch mehr als genug wissenschaftliche Erkenntnisse darüber und auch Dokumentationen, was genau passiert während der Pornokuckerei. Und zwar, dass du ständig diese direkte Bedürfnisbefriedigung hast per Mausklick, ohne was dafür tun zu müssen. Und dafür ist unser Gehirn einfach nicht ausgelegt, denn vereinfacht dargestellt passiert das bei jedem neuen Klick auf ein neues Video so, dass du kurz so ein Dopamin- oder Glückshormon-Spike bekommst, weil es halt neu und interessant ist und spannend und aufregend. Und vielleicht ist das Drehbuch ja auch noch ganz gut nach dem Motto, mal gucken, was passiert. Liegt jetzt Stroh rum? Hat er eine Maske an? Ja oder nein? Und dann merkst du aber nach ein paar Minuten oder Sekunden halt, ja, ist wieder der gleiche langweilige geschauspielerte Quatsch. Und es auch, selbst wenn es gut ist, ist es auch irgendwie nicht mehr so neu und du gewöhnst dich schnell dran und denkst, ja gut, die Frau kennst du jetzt oder als Frau halt, ja, den Typ kennst du jetzt. Und dann senkt sich der, ich glaube Dopamin-Spiegel war es, wieder und dann klickst du halt den nächsten Clip an und hast wieder den nächsten Spike. Und das geht dann halt immer so weiter und wenn du dann immer weiterklickst und dir dann auch noch genüsslich den halben Arm, den Lenz draufschwängelst, dann konditionierst du halt dein Neandertaler-Gehirn ganz, ganz ungünstig auf Unglück. Und im Endeffekt verschwendest du ja auch dein Leben, weil statt Hobbys zu machen oder irgendwas zu unternehmen oder irgendwie dein Leben voranzubringen, guckst du dir das Leben ja nur an und hockst allein vorm PC. Aber manchmal bin ich halt alleine, weißt du, bin ich nicht alleine. Das heißt, Dr. Fram empfiehlt, lassen Sie es sein und wenn du halt süchtig bist, ja, dann musst du es halt langsam runterfahren oder einfach, wie manche Raucher das ja auch machen und rauchen aufhören, ist sicherlich schwieriger als Pornosucht loswerden, behaupte ich jetzt zumindest mal, weil da auch noch eine heftigere körperliche Abhängigkeit in Sachen Nikotin dabei ist. Aber natürlich geht das auch, wie manche Raucher das machen, dass du von jetzt auf gleich einfach sagst, okay, nie wieder rauchen oder nie wieder Pornos gucken und du lässt es einfach sein. Oder wenn du halt sagst, nein, ich bin noch viel zu süchtig, ich hänge noch da dran, mir gibt das noch was, ich weiß nicht, was ich sonst machen sollte oder würde, dann fährst du es halt nach und nach runter, je nachdem, wie süchtig du bist. Das heißt, wenn du dir jeden Tag den halben Tag Pornos reinziehst, dann halt nur noch eine Stunde am Tag, irgendwie mit einer App kontrollieren, Wecker-App und so weiter. Und die Woche drauf nur noch eine halbe Stunde und so weiter, bis es halt nur noch einmal die Woche und einmal im Monat ist. Und wer sagt, nein, ich will aber auf keinen Fall drauf verzichten, das heißt, ein Restporno-Kontingent will ich in meinem Leben noch behalten, ja, der macht es halt quartalsweise oder einmal im Monat und sagt sich, komm, einmal im Monat eine Stunde ist okay oder einmal im Vierteljahr, ziehe ich mir halt mal ein Porno rein und fertig. Ja, was sind noch ungesunde Auswüchse von Pornokonsum? Natürlich die Erwartungshaltung, ja, was denn angeblich passiert im Schlafzimmer, was angeblich normal wäre, wie Frauen angeblich drauf sind, wie Frauen angeblich aussehen, wie Männer angeblich auszusehen haben, was du als Mann angeblich zu leisten hast. Ja, die Männer-Matrix sozusagen, ich muss immer der Hengst sein und stundenlang natürlich auch. Und dieses ganze Thema Sexualität und Mann und Frau und so weiter wird dadurch natürlich, Achtung Wortspiel, künstlich aufgeblasen. Eine Sache, die ich aber zumindest in Teilen ein bisschen anders sehe oder einen Teilaspekt davon anders sehe, ist, dass man sich angeblich von Pornos überhaupt nichts abschauen könnte, dass da völlig die Realität verzerrt wird und dass es praktisch wie im Weltraum wäre und kein Mensch jemals auf diesem Planeten so ähnlich gefögelt hätte wie im Porno, was meines Erachtens Quatsch ist. Und natürlich sind die meisten Pornos völlig krank in der Birne und völlig überzogen und unrealistisch und übertrieben und so weiter. Also habe ich zumindest gelesen, ja, woher soll ich es wissen, wie will ich es beurteilen wollen? Schwer zu sagen, ja, habe ich gehört, habe ich gelesen, haben andere mir erzählt, dass es angeblich so sei, aber ich glaube, das ist jetzt einfach mal so. Da hat mir mal irgendwo jemand erklärt und ich werde nervös. Aber trotzdem gibt es natürlich auch hier und da mal ein Porno, wo einfach zwei Leute mal ganz normal vögeln und auch, ja, auch mal ein bisschen härter vögeln und da kommst du jetzt auch nicht für in die Hölle. Das ist oft aber auch so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen, Gelaber und auch so ein bisschen von meinen Coach-Kollegen und Speakern und Top-Speakern. Dieses übertrieben spirituelle Gelaber von wegen, ja, Sexualität, es ist schon fast was Gottgleiches, ja, und Engelsgesang und Kerzenschein und wie im Film, ja, als wenn die Leute immer wie im Film vögeln würden, wo dann immer die Bettdecke bis zum Hals hoch ist, ja, damit der Film halt auch für 13-Jährige noch durchgeht und du an der Kinokasse mehr Kohle scheffeln kannst. So muss es auch nicht sein und so läuft es auch nicht ab in der Regel. Und es erscheint halt auch nicht immer Jesus beim Vögeln. Das ist er, das ist der Mann fürs Leben. Es war so ein schöner Abend, es war so romantisch. Ja, wie viele aus der spirituellen und auch aus der Coaching-Ecke das mit was fast schon Übernatürlichem verbinden wollen. Und ja, ich verstehe den spirituellen Ansatz dahinter. Natürlich hat das ganze Thema auch eine spirituelle Komponente oder es kann auch eine spirituelle Komponente haben. Aber ja, manchmal bist du halt auch nur ein Säugetier und bist halt horny und dann soll es halt mal eine Runde knallen und am besten dann auch mal ohne Jesus- und Engelsgesang. Also Fazit, lasst es sein oder fahrt es runter und lasst es dann sein und lebt stattdessen euer Leben. Und sucht euch stattdessen, vor allem wenn ihr es bisher zeitintensiv betrieben habt, die Pornokokerei, einfach ein neues Hobby. Das dann aber, wenn es geht, ein bisschen konstruktiver ist und euer Leben ein bisschen mehr vorantreibt. Alles klar, das war es für heute. Kommt ins Next Level Forum. Da gibt es Psychologie, Porno sozusagen, die einzige Form des Pornos, die in Ordnung ist. Die positive Porno-Version sozusagen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, ciao. Bis dann, macht's gut, ciao.